Neuromorphe, Prozessoren, Viren, die für Antibiotika einspringen und Kultur bei Kohlmeisen. Herzlich willkommen zu Meldungen aus der Forschung, dem Begleitkanal zu dem Podcast Expedition in die Forschung. Den gibt es noch gar nicht, den jetzt. Doch, also seit jetzt. Weil das, was wir jetzt aufnehmen, ist gleichzeitig die minus erste Folge von dem Podcast Expedition in die Forschung. Wenn es mit dem Podcast Expedition in die Forschung richtig losgeht, dann besuchen wir Forschende in ihren Wirkungsstätten und sprechen mit ihnen über die Forschung, Hintergründe und alles mögliche andere. Heute wollen wir aber von euch wissen, wohin die Entdeckungsreise denn gehen soll. In den letzten Tagen habe ich angefangen, kleine YouTube Shorts zu drehen und Videos, die ich dann auch auf Social Media geteilt habe. Und in jedem dieser Videos habe ich ein Thema vorgestellt. Beziehungsweise eine Pressemitteilung rausgesucht, die ich dann vorgestellt habe. Und für das Video heute, beziehungsweise die erste Folge, die minus erste Folge unseres Podcasts, habe ich mir die drei wahrscheinlich spannendsten davon ausgesucht. Und dann könnt ihr entscheiden, welches Thema davon euch am besten gefällt. Ich bin übrigens Dennis und das ist mein Kumpel Bart. Hallo. Wir sind beide Neurowissenschaftler und reden aber auch sonst gern über Wissenschaft im Allgemeinen. Dann kommen wir mal zu den drei Themen für heute, die ganz frisch aus den Pressestellen der Unis kommen, aber noch nicht ganz von uns durchrecherchiert sind, Dennis. Aber vielleicht könnt ihr uns sagen, welches euer Lieblingsthema ist, das wir dann in mehr Tiefe behandeln. Ja, dann fange ich mal an. Diese Mitteilung kam von der TU Graz und es geht um künstliche Intelligenz. Die derzeit führende Geschmacksrichtung von künstlicher Intelligenz sind die neuronalen Netzwerke. Die heißen so, weil die Idee dahinter, also viele kleine Prozessoren miteinander zu verschalten, vom Gehirn abgeguckt ist. Da sind ja auch viele Hirnzellen miteinander verschaltet. Aber obwohl die Idee vom Gehirn abgeguckt ist, reicht die Leistung der künstlichen neuronalen Netzwerke noch lange nicht an die des Gehirns heran. Verglichen mit dem menschlichen Gehirn sind die benötigten Computer gigantisch groß, super lahm und brauchen unglaublich viel Energie. Das menschliche Gehirn dagegen verbraucht nur 20 Watt pro Sekunde, in der es eine Billion Rechenoperationen durchführen kann. Und die Energie, die das Gehirn in einem Tag verbraucht, entspricht in etwa der eines durchschnittlichen Mittagessens. Aber Forscherinnen und Forscher sind ja schlau, und deshalb versuchen sie jetzt, noch mehr Prinzipien vom Gehirn auf die neuronalen Netzwerke zu übertragen. Das finde ich persönlich besonders spannend. Und da hat man sich dann angeschaut, wie Neurone untereinander Informationen austauschen. Und Neurone benutzen dafür die sogenannten Aktionspotenziale. Das sind winzige Spannungsspitzen oder auch Spikes, die sich die Zellmembran entlang bewegen. Und das Effiziente daran ist, dass nicht nur die Spikes selber Informationen beinhalten, sondern auch die Pausen zwischen den Spikes. Also wie beim Menschen, so ein Neuron kann nicht nicht kommunizieren, sagt also auch dann viel, wenn es keine Energie verbraucht. Beim klassischen Computer ist das anders. So, die TU Graz meldet jetzt, dass Professor Wolfgang Maas und sein Mitarbeiter Christoph Stöckel gezeigt hätten, dass sich eine Hardware entwickeln ließe, die das gleiche Prinzip anwendet. Diese neuromorphen Prozessoren wären fast so leistungsfähig wie herkömmliche Technik, aber viel energiesparende. Und das wäre natürlich super. Damit können wir mehr Bitcoins mappen. Ja, ganz genau. Bitcoins, darum geht's. Ja, ich hab immer schon gedacht, bei ganz vielen Sachen irgendwie bei neuronalen Netzwerken, dass die da eigentlich noch viel mehr von dem Gehirn übernehmen könnten. Die Evolution passt das Leben ständig an. Einige Coronaviren können unserem Immunsystem jetzt entgehen. Andere nicht. Das ist biologischer Alltag und an sich gar nicht spannend. Aber Viren sind nicht die einzigen Lebewesen, die uns schaden können. Es gibt auch noch Bakterien. Und nicht selten bekämpfen wir diese mit Antibiotika. Doch Wissenschaftler schlagen immer wieder Alarm, wenn wir zu viele Antibiotika einsetzen, denn Antibiotika können sogenannte Resistenzen hervorrufen. Wie entsteht eine solche Resistenz? Man nimmt seinen Baktoraktibiotika nicht zu Ende. Ganz gefährlich. Oder aber wir setzen es zum Beispiel in der Tierzucht ein und verwenden es durchgehend. Dabei können sich sogenannte resistente Stämme bilden. Eben solche Bakterien, die nicht weiter mit Antibiotika bekämpft werden können. Besonders gefährlich ist dies in Krankenhäusern. Ihr habt alle schon mal von multiresistenten Bakterien gehört. Diese Bakterien reagieren auf eine Vielzahl von Antibiotika nicht mehr. Und hin und wieder haben wir noch ein funktionierendes Antibiotikum im Hintergrund. Aber was ist, wenn das einmal nicht mehr der Fall ist? In solchen Fällen brauchen wir etwas Besseres. Und was wäre besser als der Feind unseres Feindes? Viren. Viele Viren greifen nämlich Bakterien an und werden als Bakteriophagen bezeichnet. Also als Bakterienfressende. In Wirklichkeit können die gar nichts fressen, Viren. Aber die können Bakterien kaputt machen. Das Gute an Bakteriophagen oder Viren ist, sie sind sehr spezifisch und greifen nur das Bakterium an und nicht uns. Das Schlechte an ihnen ist, sie sind sehr spezifisch und greifen nur ein einziges Bakterium an und nicht viele. WissenschaftlerInnen von Infectognostics, dem Forschungscampus in Jena und der Firma Fagomed haben nun einen Virencocktail entwickelt, der bis zu 100 Arten von Staphylococcan-Bakterien angreift. Staphylococcan kennt ihr von eurer normalen Halsentzündung, die aber auch mal eine fiese Seitenstrangangina werden kann. Dazu kreuzten sie verschiedene Viren und selektierten jene aus, die besonders wirksam gegen die Staphylococcan-Bakterien waren. Ja, dazu möchte ich noch was sagen. Und zwar habe ich ja diese kurzen Videos vorher gemacht. Und ich hatte mich da vertan und versehentlich gesagt, dass alle die Stämme, die die getestet hätten, multiresistente Stämme gewesen wären. Das stimmt aber so nicht. Die haben 110 Stämme getestet. Davon waren 43 Prozent multiresistente Stämme. Gewirkt hat dieser Virencocktail gegen über 100, also 101 Stämme insgesamt. Da waren also mit Sicherheit auch multiresistente Stämme bei. Aber ich denke, das macht auch keinen großen Unterschied, weil die Resistenz gegen Antibiotika hat ja nichts damit zu tun, ob die jetzt gegen diese Viren resistent sind oder nicht. Aber würdest du denn so einen Virencocktail zu dir nehmen? Ja, also ich würde mal sagen, wenn ich jetzt im Krankenhaus liegen und ich hätte so einen multiresistenten Stamm und kein Antibiotikum hilft dagegen, dann würde ich auf jeden Fall schon sagen, ja klar, hau rein. Ich meine, diese Bakteriophagen, die tun Menschen ja nichts. Also das ist ja gleichzeitig das Gute und das Schlechte daran, dass die so spezifisch sind, diese Bakteriophagen. Auf jeden Fall zeichnet sich damit eine neue Möglichkeit der bakteriellen Bekämpfung ab. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das wäre auch viel erfolgversprechender, weil man die, glaube ich, besser anpassen kann an neue Bakterienstämme. In der dritten und letzten Meldung für heute geht es nicht um Bakterienkulturen, sondern um Kohlmeisenkulturen. Damit meine ich nicht, dass wir jetzt Kohlmeisen in der Petrischale züchten, sondern dass Kohlmeisen tatsächlich so eine Art Kultur schaffen können. Wie nämlich eine Reihe von Säugetieren und anderen Vogelarten sind auch Kohlmeisen dazu in der Lage, sozial zu lernen. Das heißt, sie können von ihren Artgenossen innerhalb der Gruppe Verhaltensweisen übernehmen. Und da auch Jungtiere diese Verhaltensweisen übernehmen, wird das also immer direkt auch gleich an die nächste Generation weitergegeben. Wir haben also eine Art kulturelle Tradition geschaffen dadurch. Jetzt haben sich Lucy Applin und ihr Team am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie die große Frage gestellt, wenn sich so ein Verhalten erstmal in der Gruppe etabliert hat, können die Tiere dieses Verhalten dann auch noch ändern? Und der Versuch ging so. Wir haben also eine Art Rätselbox, so nennen die das. Nicht im Paper wahrscheinlich, aber definitiv in der Pressemitteilung haben die das so genannt. Und die kann automatisch erfassen, wie lange ein Vogel jeweils braucht, um da Futter aus der Box zu kriegen. Also die müssen so eine Art Rätsel lösen und dann am Ende kriegen die Futter. Und diese Box erfasst, welcher Vogel braucht jetzt wie lange, um an das Futter zu kommen. Dann haben sie ein paar Kohlmeisen genommen und denen einen etwas umständlichen Weg beigebracht, beziehungsweise antrainiert, mit dem die diese Box gelöst haben. Die waren also langsamer, als optimal gewesen wäre. Und die haben die dann in verschiedene Gruppen der Kohlmeisen aufgeteilt. Und dann haben diese Meisen, diese Kohlmeisen, den anderen Gruppenmitgliedern diese Technik beigebracht. Also diese komplizierte Technik, diese Rätselbox zu lösen. Sie hatten also insgesamt 18 von diesen Gruppen und dann haben sie 9 von diesen Gruppen genauso gelassen, wie sie waren. Die konnten also weiterhin ihr Futter aus dieser Box holen. Über einen Monat hinweg hat man dann beobachtet, was da passiert. Und bei der zweiten Hälfte, den anderen 9 Gruppen, haben sie über die Zeit hinweg immer wieder neue Wildfänge zu den Gruppen hinzugetan. Also es gab immer wieder neue Mitglieder in dieser Gruppe. Das Ergebnis war, dass eigentlich alle Gruppen über die Zeit hinweg Erfindungen gemacht haben, beziehungsweise auf effizientere Lösungen gekommen sind. Aber die Vögel in den Gruppen mit den Neuzugängen aus der Wildnis haben die effizientere Lösung eher für die ganze Gruppe übernommen. Und zwar haben die Alteingesessenen die neue Lösung zwar erfunden, aber es waren die Neulinge, die dann diese effizientere Lösung auch wirklich die ganze Zeit eingesetzt haben. Die Älteren sind auch immer wieder zu der älteren, komplizierten Lösungsmethode zurückgegangen. Und für die Gruppe hieß das dann, dass die im Mittel schneller an das Futter drangekommen sind. Und zwar die Gruppen, wo dann regelmäßig neue Kohlmeisen dazugekommen sind. Zeichnet sich dabei mit den Kohlmeisen eine Art Bestätigungs-Bias ab? Also dass bereits vorhandene Lösungen immer wieder verwendet werden, obwohl es mittlerweile bessere Lösungen gibt? Ähnlich wie bei Menschen, die zur alten Meinung zurückkehren, statt neue zu übernehmen? Ich weiß nicht, ob das jetzt, also es scheint so zu sein, dass diese Kohlmeisen weiterhin auch gerne die alte Methode weiter benutzen und nicht automatisch die neue übernehmen. Für die neuen Kohlmeisen ist es dann so, dass die die neue Methode übernehmen, weil das wahrscheinlich das Erste ist, was sie beigebracht bekommen oder weil es effizienter ist. Wahrscheinlich, weil sie keine Vorerfahrung haben, können sie da die Wahl treffen, schätze ich. Wie das jetzt mit menschlichem Verhalten zu vergleichen ist, ist halt schwierig zu sagen, finde ich immer. Es ist immer spannend zu sehen, ob Tiere ein ähnliches Verhalten wie Menschen zeigen und ob unter Umständen all dieses komplexe menschliche Verhalten sich auf einfache organismische Strukturen zurückführen lässt. Das waren also die drei Meldungen für heute. Neuromorphe Prozessoren, Viren statt Antibiotika und Porosilve Kohlmeisen. Wir haben für jedes dieser Themen hilfreiche Links in den Shownotes und in der Videobeschreibung untergebracht, die ihr am besten auf euren lieblingssozialen Netzwerken teilen könnt. Und wenn ihr uns taggt, wissen wir direkt, was euch am besten gefallen hat. Und wenn euch das Video einfach gefallen hat, dann habt ihr unter dem Video jede Menge Möglichkeiten, uns mal gern zu haben. Ja, gern haben ist doch Deutsch für liken, oder? Das Video läuft auch schon. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.